ein mit die obendlich sie gut hat geschieben aus unsere seite auf seine sohn Meine Tochter und seine Sohn sollen zusammenbleiben bis zum Sterne. Und über einen Schatz zu verlangen, sollen auch die gesamte Familie zusammen entscheiden. Aber nach unserer Philosophie und nach unserer Lehre, Liebe hat keine Sprache, hat keine Farbe, hat keine Religion. Liebe ist selbst eine Religion. Und Liebe kennt auch keine Grenzen. Und das ist schön, so ist es. Und wir freuen uns, dass diese beiden schönen, hervorragenden Jugendlichen sich zusammengefunden haben, von Kindheit her. Und jetzt das durch eine Ehre schließen wollen. Und deswegen, also die Familie, das ist meine Eltern, haben diese Ehre mir gegeben, mit ihnen darüber zu unterhalten. Und was wir wollen natürlich, dass unsere Tochter, jetzt auch ihre Tochter, so glücklich sein. Das ist das Einzige, was wir sagen. Und wir hoffen jetzt, dass diese Liebe so glänzt, dass die gesamte Familie, die heute auch hier sind, werden immer, wenn die, wenn wir uns, wenn wir die beiden sehen, sollen wir alle auch glücklich sein. Daher, dass sie immer kommen. Und wenn wir das Herz von der beiden schon lange Ja gesagt haben, dann bleibt es uns Respekt für Sie ja haben. Und natürlich sagen wir auch Ja. Dankeschön. Danke schön, danke schön. Wir sitzen hier oben. Unsere Tradition ist jetzt Kaffee zu trinken. Mit unserer Kaffee. Hier. Hier, passen. Hier. Und jetzt, mit Bismillah. Dreimal mehr? Ja, wir waren dann, ja genau. Dreimal. Und da sind dann da, und dann haben sie es. Geben. Rimal so. Hak Muhammad Ali. Hak Muhammad Ali. Ja, danke. Nicht kommen. Dreimal kapheim. Ja, mit Zubi. Inshallah. Danke. Hallo. Vielen Dank. 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 Ja, komm mal. Wollen wir mal weg? Bismillah. 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 Ja, komm mal. Okay, okay. Schneidete man das? Ja, jetzt. Nur mal, du, 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 du. Wutaschneid? Nein, nein. Okay, okay. Wutaschneid? Schneidet dich? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Jetzt Vater und Mutter alle kommen drei zusammen und ihr Zoll. Mutter und Vater. Mutter und Vater. Zwei Mutter und auch die Großmutter alle und Vater auf die Hand. Alle ja, ihr Zoll ist gut. Okay. Okay. Ja, ja. Wow. Applaus Musik Kamera Kamera Vielen Dank. 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 ... 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